Hier habt ihr auch noch mal ein schönes Tuniker oder ein Shirt, dieses hier ist unten an den Palletten gearbeitet, mit kleinen Taschen, wie ihr seht, richtig super bequem, hier oben noch mal eine Jumel, die Jumel in vorn und fern, so wie auch mit Strahlsteinchen ist das noch mal verarbeitet, super brennt, richtig schön frisch, sieht das gut aus, das Weißen tut mir hier, das ist auch ein bisschen länger gearbeitet, weil dieses Teil, das richtig super bequem ist, nur noch ein Fortschritt. Hier habt ihr ein ganz schönes Shirt, wie ihr seht, hier vorne noch eine Kette, ein bisschen mit so, also Schlüsselerhängen, so eine Kette, mit so kleinen Herzchen gearbeitet, das ist hier bis hier unten hin, dieses Teil ist auch noch mal mit Palletten gearbeitet, also es glänzt auch so richtig schön, wird auch im Licht von mir, dieses Teil hat zwei verschiedene Stockarten, einmal so ein bisschen sandig und einmal ganz normale Fiskose, hinten fällt es so richtig schön gerade, das Teil ist auch sehr angenehm zu tragen, richtig schön kuschelig, kommt 29 Euro, ist auch so hoch, das ist Kose, und kam da wieder raus. Tolle Bluse, die ist auch soundoptik, ist diese Bluse, die hat auch einen ganz rabinierten Ärmel, wie ihr seht, richtig toll entfallen, hier oben könnt ihr die auch als Kram tragen, fällt auch in den Runden sehr schön. Diese Bluse könnt ihr auch dann normal wieder hochziehen, sieht auch mal ganz toll aus, sie ist super bequem, die hat auch eine ganz tolle Länge, nicht so lange, nicht so kurz, einfach mal eine mittlere Länge, um die auch mal unter Jacken zu tragen, unter kürzeren Jacken kann man sie sehr gut tragen. Ja, dieses Teil, was sehr angenehm ist und auch so richtig schön haufeindlich ist, das kommt hier, 20,50 Euro, ist eine Einheitsgröße, kommt da. Hier habt ihr auch ein super Shirt, wie ihr seht, das ist hier nochmal richtig schön sportlich gearbeitet, mit dem Totschuhbau, dieses Teil ist richtig elastig und auch sehr bequem, hier an die Seite habt ihr nochmal beniegelt, dann könnt ihr das Teil auch mal lang tragen, ihr könnt es auch einfach mal kurz tragen, hier unten ist nochmal mit Pailletten platziert, und mit einem Tüllansatz, mit einem Schiffernansatz, das Teil sind etwas längere Schnitten, vorne ganz minimal, etwas kürzer, das kommt 19,90 und ist auch richtig super bequem, sieht toll aus, schön sportlich, macht sich auch sehr gut auf Schindesbluse. Ja, hier habt ihr auch eine tolle sportliche Bluse, wie ihr seht, kann man die auch hier richtig schön shoppen, ja, das sieht auch richtig schön plott aus, die Bluse ist auch richtig schön weit geschnitten, kann man auch als Tunika tragen, weil es richtig schön nack ist, hat auch mal so ein Pfeil, wie ihr seht, ist aus Viskose, richtig schön rüffig, ist auch das Material, hier an der Seite ist es nochmal mit so einem Cut, wie ihr seht, ganz leicht geöffnet, hier an der Seite auch nochmal mit Nieten gearbeitet, Ja, dieses Shirt kommt 29 Euro bis, fühlt sich da richtig rund und wohl, sieht einfach doch aus, kommt das Detail, wie meine anderen Sachen auch, ja. Leute, in Ordnung, schaut, die fehlen, ganz tolle Schirrbluse, hier vorne mit Spitze bearbeiten, auch für Spitze sind nur mal ganz kleine Blümchen, aber es sieht richtig wütig aus, ja, hier nochmal mit Umgezug, könnt ihr richtig schön hoch shoppen, Hier an der Seite fällt es auch nochmal mit, hier an der Seite fällt es auch nochmal mit einer Spitze verzehrt, hinten hat es einen sehr guten Pfeil, hinten ist etwas länger geschnitten, vorne etwas kürzer, ist eine Viskose, sieht super aus, man fühlt sich richtig wohl. Tja, ob das in euer Schrank fehlen sollt? Nein, das ist ganz toll und erst für 29 Euro. So, hier haben wir eine Jacke, eine schöne Zweckijacke mit Dreiviertelarm, hinten mit Kapuze und ein super Stern gearbeitet. Diese Sternen sind zu kleinen Nieten umgearbeitet, wie ihr seht. Hier vorne könnt ihr das Teil binden. Nein, umdrehen! Also, kannst du nicht sagen, das sind kleine Nieten, dann durch überdrehen. So, jetzt. Ja, seht ihr? Ja. Okay. So, hier vorne könnt ihr das Teil binden, weil ihr könnt auch so seitlich binden, wie ihr gerade müsst und Laune habt, ja, da sind einige Bänder zumindest dabei. Ja, das Teil kommt 24,50 und sieht top aus. Ja, hier habt ihr auch nochmal eine schöne Viskosebluse, so eine Ballonbluse. Wie ihr seht, hat die einen ganz tollen Pfeil, hier an der Seite ist sie nochmal mit einer hübschen Spitze gearbeitet. Diese Spitze zieht sich weiter runter, bis sie rütteln, wie ihr seht. Mhm. Und hier ist vorne. Ja, diese tollen Viskose-Shirt, was heute schon ausgefallen ist, kommt hier in 30,50, hat eine super Passform, wie ihr seht. Sieht ganz toll aus, ist richtig schön frisch, das Grün mit dem Weiß, ich streiche das Ganze nochmal. Also, einfach knassert. Hier habt ihr auch eine ganz tolle Bluse vorne mit Sternchen gearbeitet, die es aus Glorex sind. Hier oben nochmal die Pailletten schön gearbeitet, auch hier überall von dem Kragen und dem Stehbord. Diese Bluse hat eine super schöne Pfeil gesetzt, die sind etwas länger geschnitten als vorne, ist auch eine Viskose, lässt sich super gut tragen, ist eine Einheitsgröße und kommt 9,20. Ja, hier habt ihr auch eine ganz tolle Bluse, wie ihr seht, die ist hier nochmal mit einer Spitze gearbeitet, weil da auch ein super Fall. Also, die Arme sieht einfach toll aus, hier vorne ist es nochmal mit Carmen, ist ein Carmen-Stil, die Bluse geschnitten, die sind jetzt auch nochmal. Ihr könnt die Bluse aber auch ohneartig hoch tragen. Diese Bluse ist aus Viskose, hat auch eine schöne Länge, fällt auch sehr weit raus und kommt hier in 2,20. Ja, hier habt ihr auch nochmal eine ganz tolle Bluse, die ist hier an der Seite nochmal offen gearbeitet, also wirklich schön, völlig torbeniert. Diese Bluse sieht man mit einem Unterausschnitt, hat eine schöne Länge, ist auch Viskose-Baumwolle. Innen hat sie auch nochmal sehr schön gefallen. Die Bluse, die kommt 29 Euro, sieht toll aus, wie ihr seht. Ja, und ist auch super bequem. Die Bluse, die sie einmal mädlich geschnitten ist, in diesem schönen frischen Grün, ist auch nochmal hier vorne mit einem kleinen V-Ausschnitt gearbeitet, hat hier vorne noch ein paar Mundknöpfchen geparziert. Auch im Rücken ist sie nochmal sehr hübsch geziert, mit einem sehr schicken Muster, die hier auch mit Palletten verarbeitet ist. Das wiederholt sich auch nochmal hier vorne ein bisschen. Diese Bluse ist an der Seite mit kleinen Schlitzchen bearbeitet, so dass sie auch drauf liegt oder anliegt und daher hat man auch einen schönen Tag her. So, diese Bluse kommt 29 Euro und geht auch drauf raus. So, die Bluse ist ein bisschen rustikal geschnitten, wie ihr seht, aber somit auch sehr auffällig gearbeitet, hier mit den Blümchen drauf und auch so unterhalb mit den Spitzen. Dieses wiederholt sich auch nochmal hier an den Armen, der Arm ist auf jeden Fall noch sehr frei gearbeitet. Hinsen im Rücken ist der Schlag etwas feiner gearbeitet, an dem Bluse hat einen super schönen Sitz, ist eine Einheitsgrössung auf 29 Euro. Das ist eine ganz süße Bluse, hier ist auch mit Palletten gearbeitet, auch mit einem schönen Muster nochmal drin. Diese Bluse hat auch einen super Fall, auch über die Arme. Ist auch eine ganz hochwertige Viskose und eine super Einfärbung. Fält hinten, ganz schön maler, ist auch nochmal schön mit Palletten gearbeitet. Diese Bluse kommt noch in 30 Euro, sieht top aus. Und man hört die Sprache. Z Bis zumli Feder zu Zitahizophren